Kennt ihr schon ADAC eDrive? Mit unserer kostenlosen Android-App könnt ihr ein beliebiges E-Auto mit eurem derzeitigen Auto vergleichen. Einfach ein virtuelles Fahrzeug auswählen und die App auf euren täglichen Autofahrten mitnehmen. Während der Fahrt könnt ihr die Ladung der Batterie und die Restreichweite eures virtuellen E-Autos checken. Bei niedrigem Batteriestand werden euch Lademöglichkeiten angezeigt. Nach der Fahrt könnt ihr das E-Auto dann virtuell ans Stromnetz zu Hause anschließen. Nach einigen Fahrten habt ihr dann ein realistisches Bild über Kosten, Alltagstauglichkeit und CO2-Einsparung. Einfach mal ausprobieren. Gibt es ein Elektroauto, das zu meinen Bedürfnissen passt? Rechnet sich das für die Umwelt? Rechnet sich das für mich? Jetzt mit der ADAC eDrive App ein beliebiges Auto mit eurem derzeitigen Auto vergleichen.